So, hi Stefan, erstmal schönen Dank, dass du Zeit hast, hier mit mir so ein bisschen mal über die Apple Watch Ultra zu sprechen, deine Gedanken dazu, das passt schon ganz gut und natürlich ist ganz wichtig, vor allem, ich weiß es, aber unsere Hörer wissen es nicht, deswegen würde ich dich bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst und vielleicht nochmal so erzählst, was du machst, warum du vielleicht bei dem Thema irgendwie was zu sagen kannst und was so deine Verbindung dazu ist zum Sport. Es geht ja sehr, sehr offensichtlich um Sport, deswegen, ja, also kannst du dir mal kurz so ein kleines Intro zu dir geben? Ja, hi, auch an alle, die da draußen zuhören, bin Stefan, bin 34 Jahre alt, komme aus Berlin und bin ein Sunto Brand Ambassador, also ich habe mit dem Thema Uhren relativ viel zu tun, weil ich selber von der Marke Sunto eben gesponsert werde und in dem Bereich mich da halt auch gut auskenne. Darüber hinaus betreibe ich Ultra Trail Running, das ist quasi Langstreckenlauf in den Bergen, kann man sagen, da geht es dann so über 100 Kilometer rauf und runter und das mache ich schon eine ganze Weile und von daher würde ich sagen, dass ich da schon mal meinen Senf dazugeben kann zu diesem, zu dieser Apple Ultra Watch. Ja, das glaube ich, glaube ich auch. Die für mich auch und auch nochmal für alle zum Verständnis, dieses Trail, Ultra Trail Running oder wie auch immer, passt ja, dass es Ultra Trail Running heißt, ist das, bedeutet das auch, dass du halt wirklich mal tagelang, also klar 100 Kilometer läuft man wahrscheinlich nicht an einem Tag, weiß ich nicht, aber dass du da wirklich auch mal tagelang unterwegs bist, also wirklich draußen in Wäldern, Gebirgen, wie auch immer oder sind das nur so, ich sage jetzt mal Tagesausflüge? Es gibt auch Veranstaltungen, die tatsächlich über mehrere Tage gehen. Es gibt Distanzen, die gehen über 330 Kilometer, die legt man natürlich nicht in 24 Stunden zurück, sondern da braucht man dann mehrere Tage. Also es kann sich auch über Tage erstrecken, ja. Okay, also bist du ja auch da auf eine gute Uhr angewiesen und vielleicht als kleinen Icebreaker noch, was war so deine längste Strecke, was war so dein, was ist dein persönlicher Rekord an einem Stück? Die längste Strecke war bisher 140 Kilometer. Krass, krass, okay. Das ist auch, also Trail Running, ja, also. Das war tatsächlich, ja, das war tatsächlich in Deutschland, da sind wir von Koblenz nach Bonn gelaufen, immer schön am Rhein entlang, rauf und runter im November, war dann relativ schnell dunkel dann gewesen, war man eigentlich mehr oder weniger nur im Dunkeln unterwegs. Und da brauchte man auch eine gute Uhr, die einen dann auch navigieren konnte, weil die Streckenmarkierung auf 140 Kilometern war jetzt natürlich im Dunkeln dann nicht mehr so leicht zu erkennen, selbst mit Lampe. Verstehe ich, ja. Ja, krass, okay, das ist beeindruckend auf jeden Fall, also vor allem für jemanden wie mich, der damit so gar nichts zu tun hat, aber ich glaube auch für alle anderen deswegen ganz, ganz spannend. Und du hast ja gerade schon gesagt, du bist also Sunto Brand Ambassador, ich sage ganz ehrlich, ich kannte die Marke, bevor ich, also wir müssen vielleicht nochmal kurz sagen, Stefan und ich, wir kennen uns eigentlich schon seit der Kindheit, so jetzt ganz viele Jahre, mehr oder weniger aus den Augen verloren, weil halt Leben passiert. Und ich habe aber trotzdem so ein bisschen ab und zu mal nebenbei mitbekommen, was du so machst und habe dann auch irgendwann mal dieses Sunto gesehen und war mir natürlich klar, was es ist, aber ich würde es jetzt ohne dich tatsächlich nicht kennen oder hätte es vielleicht gar nicht kennengelernt. Also die Rolle als Brand Ambassador spielst du da scheinbar ganz gut. Das ist quasi dein, du hast ja quasi ein Deal mit denen, was auch total, klar, ist ja auch sicherlich für dich ganz, ganz spannend und ganz, ganz praktisch auch da irgendwie die Marke zu vertreten. Das heißt also, du benutzt eine Sunto-Uhr und meine erste Frage ist natürlich trotzdem, welche benutzt du denn genau? So, was, was, erst mal vielleicht das Modell, dann kann ich mir auch mal ein Bild davon machen. Wissen deine Hörerin, wo, wo Sunto herkommt eigentlich? Nee, erzähl gerne, erzähl gerne. Oh, ich könnte nur so ein paar Key-Facts halt einfach. Also Sunto ist ein Uhrenfabrikant aus Finnland, also alle Uhren werden da in Feinstein-Arbeit in Finnland hergestellt und die sind quasi jetzt nicht wie Apple auf, also Sunto stellt nur Uhren her. Also die stellen Navigationsgeräte, Tauchuhren, so, aber die stellen nichts anderes quasi her. Also die haben keinen Laptop oder kein Smartphone oder so. Also die sind quasi auf Uhren und der Geschichten, derlei Geschichten spezialisiert. Ja, welcher hast du? Achso, ich habe die neueste, die Sunto 9 Peak habe ich. Aber ich habe noch eine andere, die habe ich jetzt auch hier rumliegen, ist auch eine Smartwatch tatsächlich, habe die nochmal rausgeholt, die Sunto 7, habe ich auch noch. Ja. Und du hast gerade was Interessantes jetzt gerade gesagt, das Wort Smartwatch hast du quasi jetzt gerade benutzt. Ist das für dich eine Smartwatch oder ist das tatsächlich eine Uhr, die du nur zum Laufen verwendest? Die Sunto 7 wird klassifiziert als Smartwatch, da ich benutze die Sunto 9 Peak. Das ist quasi ein Update der Sunto 9 und die Sunto 9 ist quasi eine Outdoor-Uhr, die quasi nur für den Sport geeignet ist. Und die hat jetzt aber, die hat jetzt nicht so, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, die hat jetzt nicht so Features wie die Apple Watch Ultra zum Beispiel. Ja, okay. Also, aber das heißt, du trägst sie jetzt auch nicht im täglichen Leben oder doch? Ähm, das sehen die Zuhörer nicht, aber wenn ich meine Uhr abnehmen würde, würde man auf jeden Fall, ähm, da wäre ich weiß drunter. Also, alles andere ist braun sozusagen, vom Sommer noch. Ich trage die Uhr quasi, ich nehme sie höchstens mal beim Duschen oder so ab, aber ich zeichne damit auch meinen Schlaf auf und, äh, und so weiter. Ne? Also, ich trage sie eigentlich immer. Also, ist deine, deine Everyday-Uhr quasi, das, ähm... Ist die Everyday-Uhr, die ich quasi eigentlich nie ablege. Also, wenn, ich würde, ich habe die ja nun, äh, gestellt bekommen, aber ganz ehrlich, äh, ich würde da auch, äh, hätte ich die jetzt nicht gestellt bekommen und, äh, man benutzt sie einfach, das lohnt sich einfach dann, ne? Also, wir wollen ja gleich noch über die Apple Watch Ultra sprechen, aber wenn man tagtäglich quasi, es geht wahrscheinlich auch für die Apple Watch Ultra, wenn man tagtäglich, äh, irgendwie Sport macht, äh, und, äh, das aufzeichnen will und sehen will, wie die Fitness ist und so weiter. Dann lohnt sich das schon, äh, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, ähm, und eine vernünftige Uhr einfach am Handgelenk zu haben. Ja, auf jeden Fall. Und ist es denn so, äh, für mich jetzt auch mal aus Interesse noch, so ein bisschen noch was mit reingegrätscht als Frage, ist da eine eigene Software quasi vorhanden von, von Sunto, die das, die das alles auswertet, oder geht das nur über Third-Party-Sachen, Strava, äh, keine Ahnung, was, was es gibt auf dem Markt? Es gibt eine eigene, eine eigene App, die App kann man auch ohne, quasi ohne Sunto benutzen, also die kann man sich einfach im App-Store runterladen, ist auch ziemlich cool, hat eine 3D-Karte und du kannst, äh, Routen quasi vorplanen mit, äh, kannst auch verbinden mit Komoot und so weiter, kannst da, äh, Karten, äh, kannst da Karten importieren, exportieren und so weiter, kannst deine Aktivitäten da hochladen, sozusagen, das geht auch alles. Okay, sehr gut. Da kommen wir nämlich schon zu so einer anderen Sache noch, also, okay, das heißt, sie, sie bringt das an sich schon mal alles mit, das ist ja schon mal ganz, ähm, ganz cool und, glaube ich, auch wichtig, sonst macht es auch irgendwie nicht so wirklich viel Sinn, und, äh, sie hat natürlich auch GPS, nehme ich an, sonst wäre es ja alles so ein bisschen Quatsch, und, äh, das, das funktioniert sicherlich alles, ähm, und wie, also, große Frage, das ist ja eines der größeren, äh, größeren Themen überhaupt, du hast ja gesagt, du hast sie immer um, macht natürlich Sinn, äh, wann lädst du sie dann auf? Ähm, das ist, also, das ist eigentlich das Coole an der Uhr, an der Suunto Peak, 9 Peak, also, du kannst die quasi für, wenn es mal schnell gehen soll, die hat so einen super Charging-Mode, sozusagen, ähm, im Vergleich zur, zur älteren Version, da kann, die steckst du ran für 10 Minuten irgendwie, und dann lädt der dir quasi komplett voll, also, der hat, äh, eine relativ schnelle, schnelle Akku, Akku-Auflade-Zeit, und, darüber hinaus, hat sie einfach einen extrem, die haben verschiedene Batterien-Modi, aber die, ähm, die, ähm, die Akku-Laufzeit von der Uhr ist einfach überragend, also, du könntest die quasi auch für so einen, wie wir am Anfang schon besprochen haben, für so einen 330-Kinometer-Lauf, wo du eine Woche brauchst, gibt's halt so einen Ultra-Modus, der dann quasi für sieben Tage dann, äh, halten würde, aber meine Uhr hat halt auch die 140 Kilometer durchgehalten, und hatte danach sogar noch Saft, so. Wie, wie lange ist denn die, ähm, Laufzeit-Angabe bei der Apple Watch Ultra? Die ist von Apple selber 36 Stunden bei normaler Nutzung, ich hab jetzt tatsächlich Freitagabend voll gehabt, und Montagmittag war sie leer, frühen Nachmittag, aber, ähm, ich muss auch sagen, ich war halt am Wochenende auch auf einer Hochzeit, das weiß ich, ich war bis nachts um vier auch weg, also, es war jetzt nicht, dass, die war auch die ganze Zeit in Action, ähm, ist, aber, es ist noch nicht so, noch nicht so ganz so gut, wie jetzt andere Uhren, aber, perspektivisch gesehen, für eine Apple Watch ein sehr gutes Ergebnis, weil die ja normalerweise nicht, nicht länger als Tag, anderthalb vielleicht, wenn man gut läuft, zwei Tage irgendwie, aber darf man auch nicht so viel damit machen, deswegen ist man mit diesen, ohne irgendwelche, es soll auch noch ein Ultra-Power-Low-Mode geben, wie auch immer der heißen wird, da soll sie dann bis zu 60 Stunden durchhalten, was bei meiner Nutzung dann vielleicht sogar noch länger wäre, ja, das muss man nochmal sehen. Also, ich hab mir natürlich auch ein bisschen schlau gemacht, ähm, man muss für, wenn man jetzt Tracking gehen will oder Hiking sozusagen, da gibt's jetzt keine, ähm, ich glaube, vorgeschriebene, äh, Routenführung, ich glaube, man hat dann nur sein, ähm, auf dem, auf dem Display sozusagen seine Kartenfunktion, aber wenn man dann quasi, also, du musst dir dann wieder eine App runterladen, glaube ich, und, äh, sag ich mal, Komoot oder so, kannst da, dir dann eine Route planen und, äh, kannst danach dann laufen, das Problem ist, glaube ich, dann, ähm, was ich quasi sehe, wenn man dann länger unterwegs ist, so wie ich jetzt, wenn ich jetzt 120 Kilometer laufe, dann wäre die Uhr für mich quasi jetzt eher, eher wahrscheinlich nichts, weil, ähm, die hat zwar viele Features, glaube ich, aber wenn man so lange dann halt unterwegs ist, also für so Ultra-Geschichten oder für den, äh, für, für Tracking irgendwie im, im Gebirge oder so, wenn man dann schnell wieder nach Hause will oder so, ähm, es könnte ja auch sein, dass die Batterielaufzeit dann einfach, ähm, darunter dann leidet mit den vielen Apps, oder? Das kann tatsächlich passieren, ja, also, das ist halt so die Sache, die ist, auch für mich noch rauszufinden gilt irgendwie gerade, was macht die am Ende wirklich mit und wie lange kann sie das halt, äh, durchhalten, vor allem, wenn es halt um Sport-Tracking und so weiter geht, dann hast du wahrscheinlich relativ schnell dann den Akku irgendwie, es gibt Leute, die haben mehrere Stunden Sport aufgezeichnet, äh, so, also, ja, ähm, einfach Fitness oder sowas am Tag und sind trotzdem auch auf vier Tage gekommen ungefähr, also so lange wie ich da jetzt von Freitag bis Montag, aber selbst das natürlich, wenn ich die ganze Zeit wandere und das irgendwie die ganze Zeit mit aufzeichne, dann wird's wahrscheinlich nichts, also, das denke ich auch, dass das nicht funktionieren wird, müsste man aber auch alles, ich hab's jetzt auch erst seit einer Woche und jetzt auch noch nicht die Zeit gefunden, mich da komplett rein zu, das wirklich mal auszuprobieren, ähm, aber... Ich glaube, vielleicht zielgruppenmäßig, vielleicht kann man da, äh, Zielgruppen, ähm, festmachen irgendwie, ich glaube, so für, für Ultra-Langstrecken-Trail-Runner ist es vielleicht im Moment noch nix, weil man sich eine App runterladen müsste, sozusagen, um, äh, Trecken, um Strecken zu planen, das geht dann wieder auf, äh, zugunsten der Akkulaufzeit, aber wenn ich jetzt mir überlege, so, wenn man flach auf der Straße läuft, vielleicht in Berlin hier so, so normale, so normale Aktivitäten macht, da hast du ja mit der Apple Watch super geile Health-Features, die du dann einfach nutzen kannst, und, äh, dann läufst du halt deine zehn Kilometer, und abends steckst du sie halt wieder dann irgendwie dann ran, und nächsten Tag stehst du auf, äh, machst sie wieder um, und, äh, gehst halt wieder los, so. Das ist halt die Sache, ne, also, so richtig angesagt ist, dass sie auch einen Ironman schafft, zum Beispiel, ähm, weil sie halt nur so für alle Terrans irgendwie auch gedacht ist, und dass sie das auch dann schaffen soll, ich hab noch bisher keinen gesehen, der ihn gemacht hat damit, aber das wird sicherlich kommen, ähm, Hat sie einen Barometer? Äh, ja. Okay. Das wäre für mich ja zum Beispiel immer wichtig, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, in den, in den Bergen, diese Trailrunning-Geschichten, die sind immer in den Bergen, da ist dann immer wichtig, meine Uhr hat zum Beispiel dann halt auch, dadurch, dass sie einen Barometer hat, ähm, sagt sie dir halt schnell, wenn Druckabfall ist, äh, dass dann Unwetter kommt, dass wir ihn schnell, also hat's ein paar Mal auch schon gemacht, und das hat einen so ein bisschen auch den Arsch gerettet, oder dass man weiß, auf welcher Höhe man sich befindet, ungefähr, weil, jeder guckt ja trotzdem vorher, bevor er losläuft, äh, in die Karte nochmal rein, äh, auf die Strecke, die man sich da geplant hat, das, äh, ziemlich gut, wenn sie einen Barometer hat, ja. Ob sie jetzt aber tatsächlich Warnungen ausgibt, würde ich tatsächlich versuchen, also, würde ich glaube ich abstreiten. Du hast eine Sache angesprochen, die ich, also wir haben ja es ja relativ oft im Podcast jetzt, wirklich jede, bevor die rauskam, gefühlt immer spekuliert, und was könnte so eine Apple Watch sein, es war ja dann auch schon so langsam klar, dass da eine kommt, und ich habe halt immer gesagt, für mich ist glaube ich das Wichtigste, oder für die Leute, die das benutzen, nicht für mich, aber für die Leute, die das benutzen, ist so Offline-Karten, dieser ganze Kram, schon nicht unwichtig. Also ich glaube, wenn du halt irgendwie Offline, oder Offline auf deiner Uhr die Karte drauf hast, ohne dass du auf eine Funkverbindung, also Mobilfunkverbindung, oder Internetverbindung irgendwie angewiesen bist, und nur von GPS lebst, äh, quasi, um dich da halt zurechtzufinden, das ist doch eigentlich ein Key Feature, das doch eigentlich, also das hat doch, hat doch wahrscheinlich jede Uhr, ich meine, das hat die Apple Watch, wie du schon sagst, nicht, also ich brauche immer, irgendwie Strava oder so, wenn das da geht, oder Komoot oder was auch immer, um mir halt irgendwie vorher eine Strecke, das finde ich, finde ich leider, gar disqualifiziert sie wahrscheinlich für viele doch. Das hat die Sunto 7 zum Beispiel, kann man sich Offline-Karten, kann man sich dann runterladen, aber das geht dann auch zugunsten der, der Akkulaufzeit, also die Sunto 7 wäre auch nicht prädestiniert, für so ultra langen Distanzen, aber da kann man sich dann tatsächlich, dann Karten runterladen, aber die Uhr, die ich jetzt zum Beispiel benutze, die Sunto 9 Peak, da kann man nicht sich Karten runterladen und die hat auch keine Möglichkeit, dass man sich da Songs auf die Uhr speichern kann oder so, die kann man zwar mit dem Handy verbinden und an der Uhr quasi am Handgelenk dann irgendwie den Song weiter switchen, aber man bräuchte schon sein Smartphone, um irgendwie Musik zu hören, das hat glaube ich die, ich glaube mit der Apple Watch Ultra kann man wahrscheinlich, die hat integrierten Speicher, da kannst du alles, das kannst du dann wieder machen, also du kannst ja deine Podcasts und deine Musik darauf ziehen, aber du kannst ja nicht irgendwie eine Karte runterladen, um da halt irgendwie mal deinen Weg, es ist halt ein bisschen schwierig zu erklären, weil es ist halt irgendwie, du hast ja gerade gesagt, du machst halt dein Ironman damit vielleicht und gehst nächsten Tag, also du lästst dir auf und nächsten Tag gehst du einfach wieder los und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt für Apple, dass die halt sagen, hey, das ist halt immer noch eine Apple Watch, aber du kannst halt mit der, wenn du willst, halt auch einfach irgendwie losgehen und einen Marathon laufen, so ungefähr und das kann die halt aufzeichnen und deine Aktivität, Herzfrequenz und den ganzen Spaß, was die ja mittlerweile alle können, Blutsammerstoff und sowas, alles aufzeichnen, aber es ist am Ende des Tages auch nur eine Apple Watch und für jemanden wie mich, der seit der Apple Watch 1, also seit 2014, so eine Apple Watch trägt, ist es auch eigentlich nichts anderes, als eine Apple Watch, nur in einem neuen Gehäuse, so ein bisschen. Genau, aber vielleicht, vielleicht ist es erstmal so eine Art Meilenstein, den man jetzt wieder irgendwie setzt, wo man wieder ansetzen kann, also wenn man dann vielleicht doch noch die Akkulaufzeit irgendwie ein bisschen in den Griff bekommt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das dann nachher doch zu einer Konkurrenz werden kann, weil der Bildschirm ist ja doch relativ groß und du kannst ja dann doch deinen Podcast-Darm mal ablegen, musst das Smartphone nicht mitnehmen, du kannst wahrscheinlich auch telefonieren mit der Uhr, denke ich mal. Ja, das wollte ich gerade fragen, die Peak 9, die hat jetzt auch keinen Mobilfunk oder sowas, ne? Nee. Nee. Also das hätte die, muss man natürlich bezahlen, klar, also wenn man jetzt wirklich ohne Handy Mobilfunk haben will, musst du natürlich deine E-SIM irgendwie dir von deinem Provider besorgen, aber das geht, also du kannst halt wirklich ohne Handy, ich habe auch schon öfter Mobilfunkuhren gehabt in der Vergangenheit und das habe ich eigentlich auch sehr genossen, vor allem im Sommer irgendwie draußen, mit dem Hund irgendwie unterwegs und dann, wo ich kein Handy mitnehmen bin, trotzdem erreichbar zur Not und das ist schon gut, also, ja. Okay, Suntro, Brand Ambassador und so weiter, hast du denn trotzdem, du hast bestimmt in der Vergangenheit auch andere Uhren schon mal ausprobiert und, also andere Hersteller oder warst du direkt bei Suntro? Also ich hatte ganz früher mal, als ich mit dem Laufen angefangen habe, da hatte ich mal eine Polaruhr, aber die konnte auch nur Start-Stop, also die konnte gar nichts. Okay. Und, ähm, war eine ganze Zeit kein Verfechter davon, irgendwie mir eine GPS-Uhr zu holen, so, und dachte so, ich brauche das alles nicht, so, ich kriege das irgendwie so hin, so, und dann irgendwann hat es mich doch gecatcht, irgendwie so, und dann tatsächlich war die erste Uhr, die ich dann hatte, war eine Suntro MB3, das war eine ganz alte Uhr, aber die hatte GPS und die konnte mir dann unterwegs dann ansagen, wie schnell ich bin, so, das wollte ich früher irgendwie nicht, so, und jetzt könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, ohne Uhr irgendwie loszulaufen, und so, jetzt, jetzt hat man gar kein richtiges Gefühl irgendwie mehr, jetzt muss man immer gucken, alles überprüfen irgendwie, stimmt die Herzfrequenz irgendwie, laufe ich zu schnell, laufe ich zu langsam, bin ich in meinen Bereichen irgendwie so, irgendwie vermisse ich es auch so ein bisschen, mal die Uhr Uhr sein zu lassen, so, um einfach mal loszulaufen, gibt selten Läufe, wo ich dann tatsächlich mal ohne Uhr loslaufe, sollte man vielleicht einfach auch mal machen, aber tatsächlich muss ich sagen, ähm, eigentlich immer schon, immer, immer Suntro gewesen, so, nie irgendwie mal, äh, was anderes ausprobiert, nee, Okay, okay, aber hast du denn trotzdem Sachen, bei deiner jetzigen Uhr, oder generell bei so einer Uhr, die, wo du wirklich sagst, also okay, gehen wir mal davon aus, jetzt Gefühl hin oder her, Körpergefühl, alles gut, aber die sind, äh, die sind mir wirklich wichtig, also die, wenn ich mir eine Uhr holen müsste, weil du, du hast die jetzt bekommen, aber wenn du dir jetzt eine kaufen müsstest, sagen wir mal, das ist morgen vorbei, was natürlich nicht, hoffentlich nicht so ist, dann, du dir eine kaufen musst, was sind so deine, deine paar Features, wo du sagst, das muss auf jeden Fall dabei sein, also das brauche ich wirklich ernsthaft, so ein Must-Have meinst du? Genau, genau. Schon, also wichtig finde ich, ähm, so Hand, äh, Handfrequenzmessung am Arm, oder am Handgelenk, dass man sozusagen messen kann, wie, wo ist ja Puls irgendwie, interessiert mich dann doch, wenn ich meine Sportarten irgendwie mache, ob es jetzt, sie sollte wasserdicht sein, also, sie sollte verschiedene Sportmodi auf jeden Fall haben, dass ich, äh, switchen kann, zwischen, äh, Fahrradfahren, schwimmen, oder laufen, ähm, mittlerweile sollte sie auch, äh, einen Barometer irgendwie haben, dass, dass sie die, die Höhe irgendwie hat, ich finde es eigentlich auch nicht verkehrt, äh, wenn, wenn man Karten irgendwie drauf haben könnte, einige Uhren, andere Uhrenhersteller, gibt ja neben dem Sonto noch andere, ähm, dass die, dass man eine Karte irgendwie mit drauf hat, ähm, was sollte sie noch haben? Gute Frage. Ja, ja, aber ist ja okay, wenn, wenn, wenn dir da so, wenn das so deine, deine Sachen sind, dass du sagst, noch, noch mehr irgendwie Gesundheitsfeatures oder so, brauche ich jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Blutsauerstoff oder? Also, das hat meine jetzt auch, die hat auch Blutsauerstoff, da schaue ich aber nicht rauf, weil das irgendwie viel zu ungenau ist, also da müsste man den Arm so stillhalten, irgendwie, also Schlaffunktion finde ich auch, äh, eigentlich ganz nett, wenn man dann morgens irgendwie, egal, mal jeder weiß irgendwie selber so, ob man jetzt gut geschlafen hat oder nicht, aber ist immer dann doch nochmal schön, ich gucke dann trotzdem irgendwie jeden Morgen dann nochmal, wie war der Schlaf, irgendwie habe ich genug geschlafen, so ist trotzdem immer ganz nett und, ähm, wie war die Tiefschlafphase dann irgendwie, das ist, glaube ich, auch ein, äh, ein netter Gadget, so dass man nochmal überprüfen kann, jetzt aus Sportlersicht hat man sich irgendwie, äh, genug erholt, so, aber eigentlich hat man da auch ein Gefühl ja für, so, aber trotzdem ist es dann nochmal nett, äh, so diese Data dann nochmal rauszulesen. Ja, wir leben halt in so einer Zeit, wo das irgendwie, wir machen es halt einfach alle, dieses, äh, Quantified Self, wir gucken da alle so ein bisschen drauf und gucken was, wo, wo kann man noch irgendwas anders machen und so, ähm, ich, ich, äh, versuche mal zu, zu verstehen, bei, bei der Ultra, bei der Apple Watch Ultra zum Beispiel, wie Apple vielleicht, also ob das alles, gut ist fürs Marketing, was die da jetzt quasi gemacht haben oder ob das auch wirklich Dinge sind, die halt Leute brauchen, weil hier zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, wie tief du jetzt da das Thema wirklich reingegangen bist, aber also die hat ja zum Beispiel jetzt, das ist ja ganz revolutionär für Apple, einen dritten Knopf, das gab es ja vorher nicht bei der Apple Watch, das ist ja, da haben sie ja ein riesen Ding draus gemacht, ähm, der sogenannte Action Button, in diesem internationalen Orange, äh, in dieser Farbe, der halt, einfach nur, erstmal ein Knopf ist, kannst du mal kurz zeigen, ich meine mal, unsere Zuhörer werden es nicht sehen, aber wir haben die Kamera an, kann ich mal gucken, wo der, wo dieser orange Knopf irgendwie ist, ähm, der ist jetzt quasi an der, warte mal, ich mach's mal, der ist jetzt quasi hier an der Seite, also hier ist ja, diese normalen Bedientelemente, die normale Krone zum Drehen, und diesen Einknopf, und das ist hier quasi der, ah, auf der anderen Seite, okay, genau, der Action Button, das heißt ja tatsächlich auch, ähm, der ist halt dazu da, um halt irgendwie kurz, also kurze Aktionen zu starten, wie, keine Ahnung, Training zu starten, wenn du Runden läufst, irgendwie die Runden halt in der Stoppuhr zu, zu tracken, oder halt die nächste Runde, äh, damit zu, ja halt, und so eine Geschichte, kannst du halt ein paar Sachen mitmachen. Das gab's vorher nicht, oder was? Ne, ne. Womit hat man das dann? Auf dem, auf dem Touchscreen, am Ende. Ah, okay. Ja, wenn du wolltest, und das ist halt so. Ne, da find ich einen Knopf besser, ehrlich gesagt, weil das zeigt bei meiner Uhr auch, wenn ich jetzt vorstellen müsste, ich müsste auf, auf die Uhr vorne rauf, lieber, also lieber fühlen, weil nachher verrutscht du irgendwie und triffst die Runde nicht, die du denn, die du starten willst oder so, rutscht irgendwie runter. Vor allen Dingen, manchmal läuft man ja auch, also manchmal startest du ja dein Intervall halt auch aus dem, aus dem Laufen raus, von daher finde ich diesen Action Button schon. Ach so. Also manchmal bist du einfach unterwegs auf der Bahn und willst aus dem, aus dem Laufen, raus, deinen Intervall halt irgendwie starten, dann kann ja schon mal sein, dass er vielleicht abrutscht, von daher macht vielleicht so ein Action Button schon Sinn. Ja, nee, das ist genau meine Frage, ist das wirklich nützlich? Also sag mal, viele sagen halt immer, ja, vor allem mit Handschuhen und so, ist halt auf dem Touchscreen relativ schwierig oft, aber wenn du da jetzt irgendwie dann in kälteren Regionen unterwegs bist oder wenn es halt einfach kälter ist und du Handschuhe anerst, dann ist halt so ein Knopf schon nicht verkehrt. Stimmt, daran hätte ich gar nicht gedacht so. Ja, absolut, ja. Ja, nee, auf jeden Fall. Wie gesagt, an sich finde ich es ja auch okay. Es ist halt immer nur die Frage, ist das genau das, was halt die Leute, die damit angesprochen werden sollen, also diese extremeren Sportler, ob die das dann auch wirklich nützlich finden, das ist halt wirklich für mich, ich kann es halt nicht einschätzen. Ich glaube sowieso, also ich glaube, vielleicht die Zielgruppe wäre jetzt eher nicht so die extremen Sportler, alleine wegen der Akkulaufzeit, glaube ich, aus der Perspektive heraus, sozusagen, und weil du keine Routen, sozusagen planen kannst. Du musst hier nochmal eine App runterladen und so weiter und so fort. Du kannst ja nicht einfach schnell mal was zusammenklicken und so. Vielleicht wäre es auch einfach nur eine Gewöhnungssache, so, aber per se würde ich jetzt erstmal sagen, wenn man länger unterwegs ist und seine Uhr nicht ständig laden will, irgendwie, dass sie länger einfach hält, dann vielleicht eher nicht so die Zielgruppe, die ich jetzt bediene, sozusagen. Ja, okay, ja, das ist gut, genau das ist der Weg, da wo ich hin wollte, also je nachdem, wie es halt dann am Ende wirklich ist. Ist es für dich auch so eine Sache, dass du dir dann, wenn du dir was, wenn du weitergelaufen bist, dann, weiß ich nicht, sag mal, irgendwo durchs Gebirge, ein paar 50, 60 Kilometer, keine Ahnung, dass du dir das auch wirklich anschaust dann, also nach, wie bei Strava oder so, dass du dann wirklich dir die Route nochmal anguckst, also ist dir dann das wichtig, dass das akkurat ist, dass dein GPS irgendwie, dass das alles ordentlich funktioniert, oder ist das sowas, wo du sagst, ja, auch ein nettes Gimmick, aber eigentlich gucke ich es mir nicht nochmal an. Ich wollte gerade sagen, nee, ich gucke es mir nie wieder an, mache mir ein Bier auf und gehe auf die Couch. Nee, natürlich nicht, also das ist das allererste, was man macht, also ich, keine Ahnung, ich sitze in meinen Sportsachen manchmal dann noch hier auf der Couch und lade es erst bei Strava irgendwie hoch und parallel und gucke dann irgendwie nochmal bei so und so, wie war denn jetzt, wo war der Kilometer, da habe ich mich so und so gefühlt, war das jetzt wirklich, war das jetzt wirklich so irgendwie oder da war ich irgendwie schneller gewesen, das konnte gar nicht sein, also da bin ich schon mehr Technik-Geek und gucke mir die alle alles dann nochmal an irgendwie, als dass ich das völlig sein lasse. Nee, das finde ich absolut wichtig, ja. Okay, also gut, da ist man natürlich wieder an dem Punkt, dass es mit der Apple Watch nativ nicht geht, also ohne eine andere App irgendwie, darum nochmal zu gucken, dass das alles so aufgezeichnet wird in dem Zusammenhang und dann auch eine Strecke irgendwie zu sehen ist, zumindest nicht so, wie man das vielleicht kennt oder das ist halt, ich kenne das auch von Strava mit diesen 3D-Maps und so, das sieht dann halt alles auch extrem gut aus, das geht halt alles, also es bewegt sich alles immer mehr in die Richtung, dass es wirklich die ganzen Key-Features, die man eigentlich gerne hätte oder die man so bräuchte, irgendwie nicht abdeckt, das ist sehr erhellend gerade und Strava hast ja gesagt, du lädst es bei Strava hoch für dich oder lädst du es bei Strava auch für die anderen, also es ist Community wichtig, weil du kannst halt mit der Apple Watch auch, also es gibt immer noch keine Gruppenworkouts oder sowas, das haben sie leider immer noch nicht irgendwie auf die Kette bekommen nach den ganzen Jahren, aber dass man halt seine, man kann schon seine Erfolge mit den Freunden teilen, aber das sind halt auch nur abgeschlossene Trainings oder so, also wenn ich jetzt irgendwie mein Trainingsziel erreicht habe für den Tag oder mein Stehziel erreicht habe, dann kann ich das halt teilen mit Leuten, mit denen ich das teilen möchte, aber jetzt auch nicht eben so in eine Art Wettkampf treten oder so, kann ich jetzt auch nicht so wirklich. Ist das was, was dir wichtig ist? Also Community insgesamt finde ich super wichtig, also ich mache viel für die Community und bin auch viel in Communities unterwegs und selber Sachen dann, also ob da jetzt irgendwie 100 Leute meine Aktivität mir ein Kudo geben, das ist sozusagen der Daumen nach oben bei Strava sozusagen und sagen so, ja, ist top gemacht, das ist eigentlich einerlei, aber ich finde es immer schön zu sehen, wie trainieren die anderen, wo waren die, ach, da kann man auch irgendwie langlaufen, dieses Teilen irgendwie, wo ist man langgelaufen, finde ich gut und ich habe viele Leute schon tatsächlich kennengelernt über diese Netzwerke und tatsächlich finde ich es aber auch schön, einfach so Segmente zu laufen, das gibt es ja auch, also quasi, das sind dann abgesteckte Bereiche, irgendwie, sag ich mal, so 200 Meter von einer Ampel zur nächsten irgendwie, hat dann irgendeiner so ein Segment erstellt und dann gibt es da so ein Ranking und sich da gegenseitig dann einfach mal zu betteln, einfach mal 200 Meter volle Kanne irgendwie zu laufen und naja, wenn man dann zu Hause ist, die Auswertung zu sehen, hey, bin ich jetzt irgendwie Erster, habe ich jetzt irgendwie meinen Nachbarn dann doch endlich mal nach irgendwie 28 Anläufen dann doch endlich mal um zwei Sekunden geschlagen, das finde ich schon ganz cool, das pusht einen auch einfach und gesetzt dann nochmal ganz andere Trainingsziele und ja, also das finde ich schon wichtig, schade, dass Apple da noch nicht so weit ist. Ja, zumal es ja auch, also mit einer Apple Watch Sport damals auch angefangen hat, es gibt ja eine Sportuhr seit acht Jahren oder so und das sind halt so Dinge, die dann irgendwie nicht passieren, ist auch wirklich schade. Genau, aber okay, gut zu wissen, ich glaube auch, dass das wichtig ist, man pusht sich halt auch, das ist glaube ich wirklich tatsächlich eine wichtige Geschichte. Ja, zur Motivation, zum Austausch, also dass man darüber sprechen kann, dass du in deiner Community irgendwie bleibst. Und auch Strecken teilen, oder? Ich meine, also wenn du wo gelaufen bist, wo du sagst, das war eine geile Strecke, dass das auch andere sehen und dass sie das auch nachverfolgen können. Klar, die können dir dann die Strecke schicken, die Route, dann kannst du nachlaufen oder du kannst dir die Route, musst du natürlich mal fragen, kannst du die Route dann auch einfach auf die Uhr dann laden irgendwie und dann kannst du dann einfach nachlaufen. Also es geht auch voll. Also das ist schon echt cool. Also ich glaube, das macht schon, ja gut, ich meine Strava ist ja auch nicht ohne Grund so erfolgreich. Also bei Sunto gibt es ja die sogenannten Heatmaps, ich war auch etliche Male schon im Ausland gewesen und da kennt man sich natürlich gar nicht aus und ich habe früher nie so Komoot benutzt, aber die Sunto App kenne ich tatsächlich schon eher und die haben, vielleicht hat Strava auch Heatmaps, weiß ich jetzt nicht genau, Heatmaps sind sogenannte Hitzekarten. Da kann man dann einfach nachschauen, da wo die Leute am meisten langgelaufen sind, da ist der Bereich dann quasi am wärmsten, also am hellsten sozusagen und dagegen, wo Leute nicht so oft langgelaufen sind, das ist halt einfach dunkel. Und dann kann man die Heatmaps anmachen und kann sich dann auch einfach dann mal schauen, ach da war ich zum Beispiel mal in Stockholm gewesen und habe mich einfach nicht informiert, wo man da langlaufen könnte und habe einfach mal so ein Heatmap aufgemacht und bin einfach eine Strecke schnell zusammengeklickt, wo ganz viele Leute langgelaufen sind und hat sich dann herausgestellt, das war einfach so die Touristenstrecke schlechthin super schön, bist einfach an allen Sachen dann vorbeigelaufen, die irgendwie in jedem Reiseführer standen und das wäre vielleicht auch mal so ein Gimmick irgendwie, den man vielleicht mal benutzen könnte. Absolut, absolut, das ist richtig cool, also dass du dann genau diese Orte eben findest, es geht ja nicht nur immer darum, irgendwie sich nur auszupowern, sondern man will vielleicht auch mal ein bisschen was sehen und halt auch Dinge sehen, die man noch nicht gesehen hat und das ist natürlich ein cooles Feature, das kannte ich so noch nicht. Es gibt es auch fürs Radfahren, es gibt es auch fürs Wandern, also da kann man die Aktivitätsart dann einstellen und dann sieht man immer, wo die meisten Leute dann halt unterwegs waren. In Berlin wäre es jetzt wahrscheinlich gerade so der Berlin-Marathon gewesen, die Berlin-Marathon-Strecke wäre wahrscheinlich super, super hell, so, aber in anderen Orten dann, ja, einfach mal reinschauen. Ich habe gerade mal geguckt, also im Zeitmodus ist die neuen Peak ist bei 14 Tagen tatsächlich, also Zeitmodus wahrscheinlich nur aufnehmen, äh, nicht aufzeichnen, sondern nur Uhrzeit anzeigen und Aufzeichnung rund um die Uhr und mobile Benachrichtigungen sieben Tage, also das ist natürlich auch trotzdem gut, also wenn er rund um die Uhr aufzeichnet und dann kommt er immer noch auf sieben Tage, ich staune, dass das andere hinbekommen und dass das bei Apple irgendwie nicht geht, das ist immer noch so ein bisschen, ja, der Akku war immer schon super bei Suunto tatsächlich, das ist krass, also sieben Tage ist ja da, ich glaube mit rundum Aufzeichnungen, also quasi die ganze Zeit aufzeichnen, wären auch vier Tage schon gut, aber sieben Tage ist natürlich eine Ansage, muss man echt sagen, also das ist nicht schlecht, das ist übrigens Edelstahl, was ich nochmal hier, das steht hier nicht auch, schade, es gibt aber eine Titan-Version, das hätte ja sein können. Falls Suunto zuhört, ne, ich hätte gerne die Titan-Variante und ein neues Armband, Dankeschön. Äh, neues Armband, da sprichst du tatsächlich mein letztes Thema noch an, irgendwie ein Thema, also wechselst du die Bänder, kann man die bei der Suunto easy wechseln? Voll, also keine Ahnung, die Zuschauer sehen es nicht, aber du hast ja einfach nur so ein, so ein, wie so ein Stift, so ein Stift, ja, wahrscheinlich bei deiner Uhr auch, das ist so ein Klickmechanismus, so ein eigenes Apple-Ding, dass sie nur ihre Armbänder verkaufen können, aber ein normaler Klickmechanismus bei einer Uhr, ja, okay, so wie bei, ich weiß jetzt nicht, ob hier andere Armbänder auch reinpassen, ob es den Klickmechanismus woanders auch gibt, hab ich jetzt noch nicht ausprobiert, tatsächlich hat ein Kollege von mir, Georg Strasser heißt das, schöne Grüße gehen raus, der hat sich selber so Suunto-Armbänder gemacht, weil die Peak gibt's noch gar nicht so lange, die ist dieses Jahr erst rausgekommen und von daher gab's ja noch gar nicht Armbänder, er hatte auf einmal dann ein neues Armband, aber ich hab letztens mit Kollegen von Suunto gesprochen, Grüße an Nico, der meinte, es gibt jetzt, soll jetzt neue Armbänder geben oder neue Armbänder kommen, wenn es neue Armbänder geben würde, bin ich tatsächlich, würde ich auch Armbänder tragen, die dann natürlich auch optisch zur Kleidung oder so passen, im Moment hab ich halt immer so ein Gummi-Armband, so ein sportliches Gummi-Armband, es rutscht halt dann nicht, aber wenn es jetzt auch mal ein Leder-Armband ist oder je nachdem, welche anderen Möglichkeiten es gibt, so ein Armband dann zu machen, würde ich natürlich auch, würde ich das auch wechseln, sieht der denn auch schick aus, ich meine, andere Leute gucken ja dann auch mal und aufs Armband und sehen dann auch mal, Mensch, was hast du denn, dann kommt man ins Gespräch, so ne, also Suunto, könnt ihr gerne auch mal so ein Armband mal rüberschicken, dass wir da noch mehr Leute irgendwie ansprechen, ne, also ich würde tatsächlich auch wechseln, so, du wahrscheinlich auch, denke ich mal, ne? Ja, ja, bei der ist jetzt so eine Sache, weil die halt durch ihre Größe so ein bisschen, dieser Anschluss, dieser Klickmechanismus, da jetzt relativ groß ist und alles andere, also wenn du kleinere Armbänder hast von älteren Modellen, dann sieht das ein bisschen anders aus, aber es, also ich, das ist cool, dieses Armband hier, aber es ist auch jetzt nicht so mega alltagstauglich und farblich, es wird langsam streckig schon jetzt, wenn man es dann doch irgendwie viel um hat und dieses Helle, das ist halt irgendwann, also ich mag auch so Silikonanbinder eigentlich ganz gerne und, und, aber halt so in so einem schönen Hemd oder so, keine Ahnung, wenn man weggehst oder so, dann macht es sich Lederarmband wahrscheinlich dann schon doch nochmal besser, wenn die Uhr dann halt so zum Anzug dann tragen willst oder so oder zum Hemd, wie auch immer dann, ne? Aber jetzt per se, würde ich erstmal sagen, sieht schon besser aus. Ja, glaube ich auch. Ja, spannend, also um vielleicht das mal so ein bisschen abzurappen hier am Ende, das ist tatsächlich für mich, also was ich mitnehme hier aus dem Gespräch, erstmal danke für deine Zeit und dass du so ein bisschen Rede und Antwort stehst, weil ich ja wirklich mit den anderen Ohren gar keine Berührungspunkte habe und gar keine Vorstellungen habe, wie was wichtig ist und nicht wichtig ist. es ist so, dass für mich, dass die Apple Watch da jetzt noch nicht so, also ich glaube, bevor jemand jetzt 1000 Euro dafür ausgibt, damit dann, klar, auch im Daily Life damit rumzulaufen und dann sein Ding damit zu machen und dann, wenn ich will, kann ich sofort in den Ozean springen und 40 Meter tief tauchen, alles cool, aber ernsthaft, also wirklich ernsthaft, ernsthaft, und deswegen rede ich auch gerade zum Beispiel mit dir, weil du halt wirklich ernsthaft läufst und nicht jetzt vielleicht nur wie viele andere hier so ein paar Mal zehn Kilometer joggen irgendwie vielleicht mal am Tag, was ja sicherlich auch dann damit kein Problem ist. Ich glaube, so für ernsthafte Angelegenheiten, so Trailzeug und sowas, ist es noch nicht so weit. Sehe ich genauso, also ich würde jetzt einfach mal sagen, also am Ende brauchst du irgendwie eine Uhr, auf die du dich verlassen kannst, so und das hilft dir ja nichts, wenn du in einem Gelände bist und dann auf einmal die Uhr den Geist aufgibt, weil du dann, weil du die ganze Zeit Podcast gehört hast, so und dich dann aber nicht mehr nach Hause bringen kann. Also ich glaube, für die Stadt sozusagen, wenn du hier ein bisschen rumläufst und so, dann ist wahrscheinlich alles cool, auch selbst, wenn die jetzt einen Barometer hat. Aber die Sache ist, was passiert so, wenn Apple uns zuhört und den Podcast auch hört und daran arbeitet, ein, zwei Jahre und einfach nochmal eine Schippe drauflegt, dann kann es natürlich spannend werden. Dann können sich vielleicht der eine oder andere Uhrenhersteller inklusive Sonto vielleicht dann doch nochmal, musst du dann vielleicht doch nochmal überlegen, was machen wir jetzt? Ja, klar. Ich meine, das ist natürlich auch immer eine Preisfrage, solange die noch doppelt so viel kostet wie das aktuelle Top-Modell, sage ich jetzt mal, bei Sonto oder so, dann ist es natürlich auch nochmal für viele wahrscheinlich gar nicht so interessant. Aber es ist natürlich auch wieder was, du bist in deinem Apple-Kosmos drin, du hast halt deine Uhr, du hast deine Benachrichtigung, du hast deinen ganzen Kram, deine Apps, wenn du willst und so. Das ist schon, ist schon gut, aber es ist halt die erste Revision, da hast du recht, da muss man natürlich so ehrlich sein, das ist das erste Modell. Natürlich hätte man mehr Sachen machen können, man weiß ja mittlerweile, was Leute so wollen oder was Sportler brauchen, aber dann wäre vielleicht das nächste Modell nicht mehr so interessant. Also deswegen ist wahrscheinlich Apple typisch jetzt wieder so, dass das alles dann nach und nach kommt und beim nächsten Mal kann sie dann wirklich irgendwie offline karten oder hat dann noch mehr Akkulaufzeit. Aber ich merke, es ist immer wieder die Akkulaufzeit, also da bewegt sich irgendwie gefühlt alles so ein bisschen hin. Da scheinen sich die Geistern, das ist schon wichtig. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn du sagst, ich sag dir zwar, ich komme von Freitagabend bis Montagmittag in normaler Benutzung, mehr oder weniger normal und dann, du sagst vielleicht sogar, das ist eigentlich schon wenig, also wenn ich sehe 14 Tage bei nur Zeitanzeige bei dir, das ist natürlich wirklich wenig dann im Vergleich. Ja, das ist wirklich wahrscheinlich ein Problem. Das könnte echt ein Ding werden, dass wir das mit der Akkulaufzeit in den Griff kriegen müssen. Sonst setzt er sich nicht durch. Wie du schon sagst, in der Wüste bringt dir nichts. Also, wenn du dann irgendwo liegst und dann nicht mehr, nicht mehr, gar nichts mehr geht. Nee, gar nicht. Oder, jetzt nicht nur lebensrettend, aber wie du schon sagst, auch natürlich willst du halt ja deine Leistung aufzeichnen und das hast du dann natürlich nicht. Ja, super spannend. Vielen Dank nochmal, Stefan. Vielleicht ein paar letzte Worte noch, wenn du noch was loswerden willst, für irgendwas Werbung machen willst. Für Sonto haben wir, glaube ich, ganz gut der Abo gemacht gerade. Dieser Podcast wurde präsentiert von Sonto. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und mein Fachwissen, auch wenn es jetzt nur in Bruchteilen rüberkam, mit zum Besten geben konnte. Für alle anderen, die da draußen jetzt zuhören, vielleicht hat der ein oder andere jetzt nicht Interesse, eine Sonto zu testen, sondern vielleicht mal den ein oder anderen Laufschuh und zwar am 22.10. findet in Berlin am Grunewaldturm das Berlin Trail Festival statt. Sonto hatte an dem Wochenende leider keine Zeit, auch kein anderer Uhrenhersteller, sonst hätte ich euch gesagt, kommt da hin und testet eine Koros oder eine Garmin. Die hatten leider keine Zeit, aber es gibt Schuhe zu testen, Trailrunning Schuhe, weil es ein Trail-Testival, alles rund ums Thema Trail wird dort angeboten. Das heißt, wer da Zeit an dem Wochenende hat und in Berlin ist, 10 bis 16 Uhr, 22.10. am Grunewaldturm, ich würde mich freuen, den ein oder anderen von euch dort zu sehen. Ja, auf jeden Fall sehr coole Sache, krass Schuhe testen, das ist ja auch ein Ding. Auch spannend. Ja, aber wir werden auf jeden Fall deine Instagram-Seite, du hast ja auch eine und auch die von dem Event natürlich auch in die Shownotes packen von der jetzigen Episode und wer da jetzt irgendwie Lust hat, sich das mal anzuschauen, klickt da einfach gerne mal drauf, solltet ihr in jeder vernünftigen Podcast-App eigentlich finden, mittlerweile auch bei Spotify, auch, dass da die Links ordentlich angezeigt werden. Ja, nochmal vielen Dank. Danke dir. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wir hören uns. Mach's gut. Mach's gut, danke, ciao. Ciao. Ciao.